Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserem Restaurant Konrads im Kur- und Wellnesshaus Spreebalans hier im wunderschönen Spreewald in Borik. Mein Name ist Antje Kollasch, ich bin hier die Mitinhaberin des Hauses und leite dieses auch. Unser Restaurant Konrads steht sowohl für die internationale als auch regionale Küche. Sie können also bei uns Spreewaldgerichte genießen, modern interpretiert, also ein bisschen anders. Seit 2018 sind wir auch Ambassador von Lafitte Rothschild. Und wenn Sie nach einem guten Essen und einem schönen Glas Wein nicht mehr nach Hause fahren möchten, dann übernachten Sie doch einfach bei uns in einem unserer Zimmer und Suiten, eingerichtet nach den Elementen Feuer, Erde, Natur. So haben Sie die Möglichkeit, am nächsten Morgen nach einem richtig guten Frühstück mit dem Kahn durch unseren Spreewald zu fahren, den Spreewald parat zu erkunden oder einfach in unserer Wellness-Lange-Balance die Seele baumeln zu lassen. Und jetzt lade ich Sie ganz herzlich zu einem kulinarischen Gruß in unserer Küche ein und wir schauen unserem Chefkoch Lutz Schütz über die Schulter. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de Und jetzt lade ich Sie. 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 Vielen Dank.